Gute Freunde bekommen ein Geschenk. Drum, wenn du mir bis zum Ende dieses Videos treu bleibst, habe ich ein Geschenk für dich. Grob 30 Euro in Naturalform. Aber erstmal schön, dass du wieder da bist oder hoffentlich wieder da bist. Teil 4 im Marketingplan. Der Plan, der 10 Stufen dazu bringt, zu deinem Erfolg, zu deinem Unternehmenserfolg. Solltest du ihn tatsächlich immer noch nicht haben, unten hast du den Link dazu. Heute ist das Thema, das mächtigste Tool, das du brauchst, um gebucht zu werden. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen viel in Social Media und weiß Gott, wo machen, aber eines ganz häufig vergessen, zu beschreiben, wer sie eigentlich sind. Das Profil zu haben. Personenbeschreibung könnte man das nennen. Also fast egal, in welcher Branche du bist. Ob du heilend bist, Zahnarzt, ob du Fotograf bist, ob du Rechtsanwalt bist, ob du Designer bist, ob du Mensch bist, der irgendwas repariert. Wann immer du etwas anbieten willst, dann schauen die Menschen ja nicht nur drauf, was es da an Produkten, an Dienstleistungen gibt. Sie stellen sich immer auch die Frage, wer ist denn das eigentlich dahinter? Oder welches Unternehmen steckt denn dahinter? Und heute kommt es viel mehr darauf an, Emotionen und Geschichten zu erzählen. Kein Mensch interessiert mehr diese Aussage wie, ja, dann sind noch drei Lastwagen und dann haben wir einen Schubkahn und noch ganz andere Dinge. Und gerade wenn du vielleicht sogar als Personenmarke sichtbar werden willst, dann darfst du feststellen, dass Top-Entscheider ganz häufig nicht deine Webseite durchgooglen und durchklicken, weil das anstrengend ist. Sie laden sich ganz gern was runter, um etwas in Händen zu haben. Ich selbst habe tausende meiner Aufträge einzig und allein dadurch generiert, dass ich ein Profil von mir hatte, eine Beschreibung, wer ich bin. Und jetzt, jetzt kommt die Gretchenfrage. Darf die Beschreibung kurz oder darf die Beschreibung lang sein? Hey, ich weiß genau, was du antworten wirst. Du wirst sagen, natürlich kurz, die Leute lesen gar nicht mehr so viel und die machen alle keine Zeit mehr, maximal eine Zeit. Mit deiner Meinung bist du übrigens nicht allein. Ich glaube, wenn du 90% der Menschheit fragen würdest, ob Beschreibungen kurz oder lang sein sollen, werden alle mit kurz antworten. Ich habe allein über dieses Thema eine wissenschaftliche Publikation geschrieben und mich mit vielen Professoren und Kollegen genau darüber gestritten, weil ich sage, sie darf, nein, sie muss. Dein Profil muss lang sein. Es geht nämlich nicht nur um die Qualität. Ja, es geht auch, ganz im Ernst, es geht auch um die Quantität. Und damit will ich jetzt gar nichts Negatives voranbringen, sondern will dir ein Phänomen erklären. Schau mal, mein Profil ist jetzt ein bisschen arg heftig, aber meins hat irgendwie 280 Seiten. Werden die gelesen? Natürlich nicht, aber die Frage ist auch nicht, zumindest nicht die Frage, die ich mir stelle, soll dieses Profil gelesen werden oder soll es einen guten Eindruck machen? Und wenn meine potenziellen Kunden dann so aufblättern, übrigens nicht der Text ist entscheidend, sondern Bilder, Grafiken, Emotionen und dann durchblättern und sagen, wow, dann gewinne ich fast jeden Auftrag. Warum? Weil ich zusätzlich zur Qualität auch zeige, was da alles drinsteckt. Und Menschen wollen natürlich beeindruckt werden. Und das kannst du auch. Du kannst doch mehr als den Lebenslauf oder was auch immer abdrucken. Du kannst Kundenstimmen abdrucken, du kannst Bilder abdrucken, du kannst Emotionen abdrucken, und du kannst isst, du sollst. Hey, ich gehe mit dir nicht dieses ganze Video durch, damit du diese ganze Liste hast, in der draufsteht, was du abdrucken kannst. All das findest du nämlich im Marketingplan. Da hast du eine Checkliste zum Abhacken und kannst du mal genau prüfen, hast du das, hast du das, hast du das, hast du das. Und sei da kreativ. Es gibt so viele schöne Dinge zu machen und die Dinge gehören da rein. Meine Erfahrung zeigt, dass wenn Menschen eine Lebensinventur machen, wenn die nochmal sammeln, was die eigentlich schon alles gemacht haben und das dann dokumentieren, dann ist das ein Riesenfüllhorn. Aber es lohnt sich, drüber nachzudenken. Und wenn dir wirklich mal der Mind ausgeht dazu, da hilft manchmal sogar Rotwein. Ehrlich. Und jetzt ein Geheimnis. Ich weiß, du wirst es kaum glauben, als ich mein erstes, also jetzt kann ich von 280 Seiten sprechen, als ich mein erstes Profil geschrieben habe, wusste ich nicht, was ich reinschreiben soll. Ich habe meinen Freischwimmer reingeschrieben. Und ich habe gesagt, stimmt gar nicht, es war noch nicht mal der Freischwimmer, weil den hatte ich noch nicht. Es ist kein Witz, ich habe mein Seepferdchen drin stehen gehabt. Also es ist, glaube ich, dieses Teil, was heißt, man kann sich 20 Sekunden über Wasser halten. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass es ein bisschen mehr braucht, als nur das Seepferdchen zu haben. Aber ich hoffe, das hast du. Und darum ist meine Frage, meine Aufgabe an dich, was sind die Seepferdchen deines Lebens? Sammel doch einfach mal all die Milestones, all die kleinen und großen Erfolge. Löschen kannst du sie immer noch, aber sammel sie mal mit Bildern und Co., um daraus was zu machen. Ich habe erst heute mit einer Hochseeanglerin gesprochen, die ist übrigens Weltmeister, bitte fragen wir nicht, im norwegischen Hochsee-Spezial-Rabarberpapa-Angeln, aber die hat natürlich Bilder. Übrigens, deren Angelhaken ist nicht so ein Häkelchen, das ist ein Haken. Die hat auch dann solche Fische am Haken. Da kannst du schon ein ganzes Buch drüber schreiben, mit den Fischen, die die Frau hat. Also, guck mal, welche Fische du im Teich hast. Und jetzt kommt mein Geschenk. Wenn du dir nämlich den Marketingplan runterlädst, dann findest du auch nochmal einen Link zu meinem Profil. Also, zu dem Teil, worüber ich gerade gesprochen habe. Und dieses Teil kostet tatsächlich 30 Euro, wenn man es sich kauft. Ist übrigens sogar deutschlandweit vergriffen. Also, für dich haben wir es noch digital dabei. Und wenn es dir dann gefällt, dann freue ich mich, wenn du in den Kommentaren mal was reinschreibst, und so weiter, und so fort. Und du weißt, für einen Redner ist das der Dank der Applaus. Für einen YouTuber ist der Dank das Abo. Wenn du jetzt da noch drauf drückst, dann freue ich mich, wenn ich dich bald wiedersehe. Also, sammle mal deine Fische im Teich. Bis zum nächsten Mal. Möglicherweise war das schon so eine kleine Inspiration für dich. Und gerne natürlich noch mehr. Ganz bewusst zur Umsetzung und auch, um zu sehen, was sich damit alles erreichen lässt, gibt es natürlich noch einen Online-Workshop von mir. Vollkommen kostenlos. Einfach, um eine richtige Begleitung zu haben. Wenn du dabei sein willst, klick da unten. Ich bin gern, wenn ich da bin. Undanı fra��. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.